Aquabion, eine großartige Innovation. Ich freue mich gerade als Denkmalpfleger darüber, weil die Lebensdauer von Installationen sich massiv erhöht. Das spart neue Wunden in ein altes Gebäude zu schlagen. Ich bin sehr zufrieden. Seit sechs Jahren lauft die Anlage jetzt zu vollsten Zufriedenheit und ich freue mich auch, dass wir damit gemeinsam mit ihrer Firma einen Beitrag zur Umwelt leisten können, weil alles, was sich nicht auswechseln muss und alles, was länger haltet und nachhaltig haltet, schont die Umwelt mehr als wie alle Lippenbekenntnisse.